so da sind wir bei dbd hallo so ich bin da es warten alle auf mich okay soll ich ganz kurz und schmerzlos machen und einfach mal die kämmern machen ach du hast ja dann lass ich sie noch aus ja dann lass uns mal sammeln okay also ich bin jetzt erstmal gejolt und habe erstmal die musik leise gemacht wie wo was muss ich denn tun hallo nita ich weiß dass ich zu spät bin ich habe viel zu lang gebraucht mit meiner scheiße maskerade erst mal erst mal wie ist das dann mit diesem komischen verlinken da also ich hab ich bin ja bei dir jetzt in der lobby so was muss ich was muss ich tun ich kann freunde entweiten ich sag mal bin ich hier william finde ich hier william oder was du bist william ich will nicht william sein kannst du kannst nicht links durchklicken auf die ganzen button sei ok 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 denn auch ich bin die die ist cool ich will die sein oh wie nehme ich die ach so hier wo sind die ne bist du also manche kannst du nicht spielen weil die musst du erst kaufen es gibt manche sachen die muss man kaufen manche nicht ja dann kann man sich auch mit in game also es gibt mit echt geld und einmal mit in game geld sozusagen oder ja dann nehme ich hier die die mag so jetzt müssen wir warte mal den nietzsche den werde ich mal einladen so wir bräuchten noch tikkuni ne der hat gesagt er kommt in zehn minuten sie tikkuni ist eine sie 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 ja tikkuni ist ein ein mädchen ich werde mal ich werde mal haben wir so was so musik laufen dabei oder guck mal gerade was gibt es denn hier so ein halloween musik ok chris heute nur unter damen na das wird was ja so das heißt wir warten ergo auf tikkuni und was ist mit felix der spielt jetzt erst mal league of legends ok dann gut mit just also wenn wir vier sind dann spielen wir halt vier survivor das geht auch gute jungen nicht hast du meine einladung bekommen erst mal alles durchklicken weil ich hab das spiel schon ewig nicht mehr laufen lass mich kurz gucken wann bist du bereit die cam anzumachen sarah ich fühle mich als wenn ich fünf kilo schminke im gesicht jetzt ja das ist so viel lege ich auch alter wie schon gesagt schick einfach noch mal ne einladung vielleicht hab ich es nicht gesehen bei dem ganzen geklicke was da war hab ich es gemacht ich wieg halt fünf kilo mehr dank schminke ja ok ja sarah komm lass runterziehen äh runterziehen für cam dann zähl mal runter ok 5 4 3 2 1 an an puh okay hallooo uuuu 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 heug ja uuuu 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 und deswegen hab ich nur ein Oberteil, was so einigermaßen dazu passt. Das man eh nicht sieht. Ich hab ein sehr bauchfreies Oberteil an, also einen sehr bauchfreien Pullover, aber das sieht man grad schlecht. So, aber ich bin hier. Hübsch, ne? Hallo Ticumi. Ich bin heute richtig hübsch. Ich bin die hübscheste von allen mit Sarah zusammen. Es gibt keiner hübscheres als wir. Warte mal, wie siehst du aus? Ich weiß gar nicht, wie du aussiehst. Ich guck bei dir im Stream, warte kurz. Ich geh fix bei dir in den Stream rein. Ich habe mich ein bisschen an BDO orientiert. Ehrlich? Ja, weil meine Sorg hat ja zum Beispiel unter dem Auge so ein Tattoo, das hab ich so ein bisschen gesucht. Ich hab's nicht direkt nachgesagt, aber ich hab sowas in die Richtung. Aber deine Hörner sind voll geil. Warum hab ich nicht so ne coolen Hörner? Warum hab ich nicht so ne coolen Hörner wie Sarah? Äh, Teller? Bestellen? Ja, toll. Okay, wir haben Nietzsche. Ähm, Ticumi, du müsstest mich mal enden bei Steam. Ähm, ja. Ganz normal mein Name. Portugies, French oder Englisch? Ja, das Make-up ist schuld. Es ist so schwierig sich zu schminken. Hat Felix dir geholfen oder hast du's allein gemacht? Ich mach das immer alleine. Ich hab ihn auch letztes Jahr hab ich ihn geschminkt. Äh, meine Hände, ne? Ich hab immer noch überall irgendwie gefühlt Schminke an meinen Händen. Ja, frag mich mit diesen Hörnern. Du hast ja Hautkleber. Der Hautkleber, da kriegst du dann überall eine Finger. Dann brauchst du noch Latex, um den Übergang irgendwie hinzukriegen. Das hat dann auch überall... Okay. Boah. Scheiße. Und ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich könnte jetzt noch drei... Ich auch. Äh, also ich hab, ich hab jetzt noch nicht... Eigentlich hätte ich noch meine Lippen und meine Nase machen müssen, aber dann hättet ihr noch länger warten müssen. Deswegen hab ich gedacht, scheiß drauf, ich lass das jetzt so. Das geht ja auch, klar. Nice. Ja. Okay, Ticumi, wie weit bist denn du? Was ist los? Ich hab sogar, äh, Wassermelone als rotes Getränk, ja. Blut. Also, ich hab hier mehrere Ahoy-Brausen. Zum Beispiel. Okay. Ach Gott, ist das ungewohnt, so viel Schminke im Gesicht zu haben, ne? Dafür, wenn du dich sonst gar nicht schminkst, ist das echt kurios, aber es ist ganz witzig. Ich hab da oft so lange. Ich hab mir dann auch so gedacht, so, oh Gott, wenn die andere Leute sich jeden Tag so viel schminken... Ja, ne? Das ist immer einer der Gründe, warum ich nur fünf Minuten brauche und warnt. Zwei schwarze Striche und das war's, dachte ich. Ja, einmal duschen, abtrocknen und dann, wenn ich Lust hab, schminke ich mich manchmal auch gar nicht. Also, wenn ich keinen Bock hab, dann eben so achten lassen, einfach. Ich schmink mich sonst nie, also außer für den Stream schminke ich mich sonst gar nicht, tatsächlich. Ach, ich nur, wenn ich Lust hab, dann auch eigentlich nur um die Augen ein paar Striche und das war so ein bisschen Wimperntuch. Ja, genau. Easy. Ja, nid's ja halt nur mit Mädels haben. Mhm, heut bin ich mal der Hahn im Korb, so. Genau. Die Kummel müsste dann zu uns noch in den Stream-Chat reinkommen im Discord und mich adden bei Steam. Hab ich hier ne Anfrage schon? Nö, oder? Friends, 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 friends. Irgendwo was. So, BDO hab ich jetzt auch grad ausgemacht. Noch schnell. Jetzt warten wir echt auf die Kummi, ja. Okay, kann ich denn hier schon mal irgendwas einstellen oder so? Irgendwas, was ich sehen muss? Äh, du kannst, äh, links, was war denn das hier? Bei, was hab ich denn jetzt gemacht? Du hast den Char gewechselt, du bist jetzt William. Ja, ich wollte das eigentlich gar nicht, das ist jetzt, weil die, du kannst, also du hast einmal ein Inventar, also das erste ist halt eigentlich, dass du deine, deine Charakter auswählst. Mhm. Das zweite ist eigentlich, dass du deine Perks und deine Ausstattung auswählen kannst, also du wirst wahrscheinlich am Anfang nichts haben oder kaum was haben, das ist völlig normal. Ja. Das dritte, dieses Blutnetz, du kriegst ja Blutpunkte bei jedem Game und dann kannst du dieses Blutnetz, kannst du dir Perks und Gegenstände sozusagen erkaufen. Das ist aber auch mal random, was da rauskommt. Und so levelst du eigentlich auch den Charakter. Und das letzte ist eigentlich nur, äh, ich suche mir Kleidung aus und seh schicker aus. Ah, die haben Glücksbringer neu reingebracht. Das kenn ich auch noch nicht. So, besser. He's late. She is late. Yeah. Ticumi. Hallo. Hi. Super. So, Ticumi ist da. Dann, äh, Ticumi, kannst du mich mal adden bei Steam? Ja, Watsu. Wie heißt du? Ganz normal, Lady Luga. Ja, Watsu. Hört ihr denn Sarah, hört ihr Nietzsche, hört ihr Ticumi? Hört ihr alles? Könnt ihr alles hören? Ich bin gespannt, wie das gleich wird, ne? Äh, für dich, äh, wird's spannender als für uns. Wie im Discord oder auf dem Stream? Äh, im Steam. Ganz normal. Also... Ja, aber wie im Discord? Ach so, jaja, genau, genau. Ticumi sounds like a Japanese enemy girl. Ich werd mal Ticumi aber noch ein bisschen lauter machen. Ja. Sie hat wirklich eine sehr zarte Stimme. Yes. Sehr gestimmt. So, hinzugefügt. Dann, wo ist mein Steam? Äh, wo ist meine Anfrage? Ach, hier. Ja, ich hab gesendet. Mhm. Siehst schon, siehst schon. Annehmen. Klick. So, dann müssen wir hier... Dauert es kurz, bis mir das angezeigt wird? Oder musst du das jetzt auch nochmal akzeptieren? Glaube ich. Ah ne, du musst ja das Game starten wahrscheinlich, ne? Ich bin schon dran. Okay. Ich hab nur... Ich hab darüber angenommen. Ja, ich hab angenommen. Meine Freunde. Ja. Ja. Da seh ich dich auch. Und wie geht das jetzt hier ein Spiel das machen? Soll ich... Ich kann jetzt deinem Spiel beitreten, aber... Warum kann ich dich nicht einladen? In ihre Gruppe einladen. Warte mal. Guck mal. Geht das? Ne, ne? Ja, aber eigentlich müsste sie dir auch joinen können über die Freundschaftsliste. Ja, probier das mal, ob du joinen kannst, weil ich kann nicht einladen. Ja. Dann muss ich das hier bei, ähm, BVD-Spiel machen? Oder, ähm, ja, was Steam gleich? Ja. Hm, ich glaub Steam sollte gehen. Einfach dann praktisch auf ihren Namen klicken und dann auf beitreten. Endlich kein Make-up tragen. Genau Steiner. So, jetzt ist sie da. Ist ein bisschen gemein. Left the party, join the party, left the party, okay. Sieht nur, wie du ständig wieder rausgehst aus der Party? Sie kann sich nur nicht entscheiden, ob sie doch mit uns spielen. Ja. Ist auch ein bisschen unentschlossen. Okay, warte mal. Din, din, din. Jo, jo, wir warten, aber... Na, ich hab's mir auch nicht angezeigt, leider. Hallo Thronkahn! Was ist mit mir passiert? Ich bin gegen ne Wand gelaufen. Warte mal, ich starte das Spiel nochmal neu. Okay. Jetzt mit dem Multi-Stream weißt du immer noch nicht, wie das geht, gell? Äh, ich persönlich weiß das nicht, ne. Weißt du das einmal im Stream-Chat vielleicht? Wie wir ein Multi-Stream daraus machen können? Eigentlich wurde mir mal gesagt, wird dir dann sowas angezeigt. Teilen... Ich weiß nicht, wie man das einstellt. Eigentlich hab ich immer davon gehört, dass du eigentlich nur einen Klick machen musst, aber... Wenn man wüsste, wo dieser Klick, ähm... ... hingen lassen. Gute Frage. Also wenn's jemand weiß, kann das uns gerne mal mitteilen. fragt der Flur, der ist auch im Discord. Aber der ist doch auch im Stream-Chat, oder nicht? Ich bin ein Bowser. Wär gar nicht so schlecht. Vielleicht ist die Kumi auch der Mörder, deswegen wird sie uns nicht angezeigt. Ne, eigentlich nicht. So. Also bis... Ah, jetzt so. Da ist was. Schön, ich hier mit meinem Level 1, weißt du... Ich bin auch noch Schöpf-Ernie. Ich bin spät. So. Also wir müssen jetzt eigentlich nur un-ready klicken, ne? Muss ich irgendwas wissen zur Steuerung, oder so? Äh, Leertaste ist für, äh, Dings, sag's mir... Minispiele. Genau. Das ist wichtig. Crouchen ist SDG, und ich glaube, Shift war Rennen. Und mit Leertasten kannst du nachher auch hier reinsteigen. Also, kannst du sofort auf den Straßen gehen. Gut. Ich... Aber keine Paletten racen! Das ist ganz wichtig! Ich werd' mal... Ich werd' mal mich einfach durchklicken. Mal gucken, ich werd' das schon irgendwie hinkriegen, mich zu bewegen. Was auch noch wichtig ist, wenn du rennst, dann hinterlässt du für kurze Zeit eine Spur, und dann kann der Killer, dann weiß er natürlich, wo du hingehst. Und wir haben aber eine andere Ansicht als der Killer, also der hat, glaube ich... Wie heißt denn das? Oh, ich hab' Beutelungsstürmen. Hilfen wir? So ne Aura kann der doch sehen. Nee, der hat eine andere Ansicht. Also, Fertasten und das andere war... Ich weiß es nicht mehr. Eine Minute. Dann kann ich mich zum Appel machen. Nice. Wup, wup! Auweia. Das kann was werden. Achso, wir müssen den Radio drücken, ne? Jo. Heulen darf ich nicht vor Lachen, ne? Ich glaub', das wird problematisch in meinem Gesicht. Wobei, dann bin ich halt... ...ne traurige Pippi. Ja, mein Muskelkater wird's mir richtig danken, heute. Ein Trauerclown. Genau. Und wie ich schon gehört habe, der Stuhl ist immer noch da. Ja, er ist immer noch da. So. Ich hab' Angst, wenn ich jetzt direkt der Killer bin, dann weiß ich nie, was ich tun soll. Nee, du musst immer in den Vorneben, ne? Du willst ja, wenn er läuft. Ja. Ah, okay. Ja. Krass, ich bin schon mal lecker. So. Dann gehen wir mal los. Soll ich die Musik ausmachen? Oder soll ich sie nebenbei laufen lassen? Äh, ich würd sie, wenn du in... wenn das Spiel jetzt beginnt, ausmachen, weil du musst... Also wenn du... wenn du Herzklopfen hörst, dann ist er wieder bei dir. Alles klar. Das ist natürlich nicht so gut. Gut. Aber du glaubst mir... das Herzklopfen ist ziemlich laut. Wenn er sehr nah ist. Na, ich hoffe, dass ich jetzt die Lautstärkeinstellung einfach vernünftig gemacht habe und dann ist gut. So, ich sehe, wie die...